Ja, weil Wasserstoff in meinen Augen die Lösung ist, um mehrere Probleme auf einmal zu erschlagen. Die Klimadebatte, die Frage, ob wir unseren Wohlstand halten können. Dem Klima tut es gut, den Arbeitsplätzen genauso, also jetzt endlich handeln. An Tankstellen ausbauen müssen, die Wasserstoffpipelines der Zukunft aus den heutigen Erdgaspipelines herausentwickeln wollen. Unsere Ideen von Bayern auch auf Deutschland zu projizieren und dort mehr Gas zu geben, mehr Wasserstoffgas.